Die sind halt auch einfach die besten. Die sind absolut die besten. Ich muss verwarten. Wir sind noch Schocker? Nein, 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 nein. Da, da. Kopf mit Deckung. Just stay safe up there. And don't forget, kill Hitler. Was? Hitler töten? Wir wissen doch noch gar nicht, dass der da ist. Hitler töten? Dein Charakter müsste theoretisch sagen, wieder. Ja, aber die Sache ist doch die. Wir wissen eigentlich ja streng genommen noch gar nicht, dass der wieder da ist. Also ganz streng genommen. Vor allem die erst recht nicht, weil das haben nur wir als in Klammern Zuschauer gesehen durch die Rückblende. Oder Vorblende, keine Ahnung. Hast du es denn mal, Mensch? Nein. Ich hole mir jetzt einmal einen Medik. Was ist denn mit deinem Tommy? Für einen anderen Charakter. Achso. Also ich hätte glaube ich den Tommy Helm. Bei mir zumindest. Ähm... Wo war der Charakter? Emoge? Ach... Übrigens den Tommy Helm habe ich ja schon. Stimmt ja, da war ja was. Nee, der ist kacke. Der ist absolut kacke. Ich habe hier die Russenmütze auf. Sag mal, hast du eigentlich eine Ahnung, wie wir diese scheiß Emotionen haben? Nein. Gut. Ich nehme ich auch nicht. Brauchen wir auch nicht. Im Start. Töten wir Hitler. Hm... Da sind wir viel zu viele. Stop. Let's go! Zuhören wir mal. Zuhören wir mal. Zuhören wir mal. Was macht Hitler eigentlich in Ruhe? Oder? Ey, was ist das jetzt? Hm. Hm. Verlastend. Der sah geil aus. Aber der wurde natürlich nicht wieder als, ähm... Multikill gezählt. Also als, äh... Verwertbarer. Wenn ich größte Killcamp. Übrigens hab die Hand gefunden. Puttermann. Ich hab die Hobbys gefunden. Also Bullet Drop muss ich noch mit einberechnen, ne? Ash! Ash! Oh nein, was machen wir mit Pikachu? Wirklich jetzt. Und wirklich. Och komm, schon wieder eine Killcamp und ich... Und du siehst sie nicht. Ich versteh das nicht. Das ist unfair. Ach, hier oben sind Leute die Tür zu kämpfen. Ja, ich zum Beispiel. Ja, nein, nein, hier. Hier über mir. Hier. Bleibt der eigentlich auch tot? Ja, der bleibt tot. Ich hoffe, das bist du am NG. Ja. Bomben, Bärns. Oh, von wo? Da bin ich. Suicide are dead. Oh, von wo? Ja, Alex. Das wird dann wohl nix. Nö, ich krieg die halt echt nicht. Ich krieg halt immer die ganz kleinen. Aber das... Was will ich denn damit? Alter, Jungs. Jetzt reicht's aber langsam. Alter, Jungs. Jetzt reicht's aber langsam. Du kommst nicht weit. Und wenn du ne kurze Killcamp... Toll. Lol, ich hab gleich keine Muni mehr für die Scheiß... äh, für die Scheiß-Snipe. Das wird jetzt mal einer Kombi nicht essen. Doch. Sparrow kommt jetzt bitte schön, der Fettsack. Das ist ne gute Frage. Äh, und... So. Gehen wir kurz los. Ah, hi, Fetty. Nicht nur einer. Gut, dann gehen wir mal ans NG, ne? Ist gut. Soll ich mal den Beschwörer-Stein anmachen? Nein, kein Schreif! Was ist du gegen den Stein? Nein. Oh, ich hänge. Weil man das NG mit mir... Ach, Mann. Na gut. Das ist ungünstig. Wir sind schwer und weg! So näher. Das sind wir lassen. Nein. das ist normalo, ist auch normalo, auch normalo, auch normalo nein, das war ne göttliche, ja schade, belastend, warte mal kurz, granate wechseln, da, das ist halt auch so verdammt weit hinten, die scheiße, so, stirb und gib mir dein verdammtes MG, danke was du, ach komm, Sinning, hinter dir, ach da, das war das Problem, wir müssen abhauen ich hab extra jetzt meine Combo für dich geopfert danke, wir haben dahinten einen SCKF-Zeit mit ich hab meine auch dafür geopfert hab was gefunden? sehr nice, kann ich aber nicht vorlesen wo kann man die nachholen noch? muss ich mir gleich mal zeigen im Moment im Moment sammeln, perfekt sehr gut, kann ich immer noch nicht nachgucken komm da halt mal hier rein, wo ich bin, hier ist Deko äh, das klärt aber immer noch nicht die Frage, wie wir dieses SCKF-Zeit wegkriegen einfach mit ner Hauptgewehr drauf rollern das ist langweilig das ist langweilig der fährt halt auch nicht, ne? ja, der bleibt halt da stehen das ist nur so mit dem MG, oder doch mit dem Fitten MG hmmm, ich krieg mal den Schrot wieder ach, das ist ein Argument ich komm ab ach, das ist ein Argument ich komm ab ja, okay ich komm ab jetzt weckst du die scheiß Kanabe ab ok, perfekt äh, lass mir mal kurz noch mal einen Zombie hier übrig ich weiß ja gar nicht, wo wir stehen hier kann man alles raus? ich auch nein, er hat glaub ich gesählt, ne? ne, ich mach das dran ne, ich mach das dran ach so ist er jetzt tot oder nicht? dann nehm ich dich nein nein, das ist ein göttliche noo mach ideal für die koppel das legst du nicht so das Läuss ist nicht so ja ich hab halt mich auf den koppel er hat mich ja gerade auf beschwöre, komm mal her ja das war natürlich alles geplant once and for all ja, grenade hier so jetzt erstmal kurz die frage, wo war das jetzt? mit den dokumenten werpas sammlerstücke werpas sammlerstücke tot voraus oder wo sind wir jetzt gerade? ne äh alle Wege führen in die Hölle ach stimmt ja das Schöne notizen we have to we have to we have to das war ein Poster ne? dann haben wir einen komm mal zu mir moment ich habe hier noch was schönes ne? 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 genau das mehr war das jetzt nicht? das ist ja erbärmlich ne? ne? wir haben hier noch ein upgrade kit vielleicht wenn wir glück haben finden wir eins ich find schon ich hab's grad vor nicht mal einer minute gesagt ach das meinst du mit her holen waffenkit ja was meinte ich mit waffenkit er fragte sich oh wo stand ich bloß? du standest da hinten irgendwo genau hier hattest du nicht gesagt upgrade kit irgendwie? ach keine ahnung ne war waffenkit und ich es heißt der upgrade kit ich dachte eine waffenerweiterung upgrade kit stand da doch waffenkit ich dachte halt du meinst damit eine erweiterung für die waffen und die hätte ich halt nicht gebraucht mhm granaten wär noch ganz geil guten muni auch, klar ah bei oh wer seid ihr denn? da sind Elche, Emil die Peerreiter der Apokalypse? die könnte halt echt sein wir sind halt Beschwörer ach nö ne, wir tun unser Addi raus er ist wieder da er ist wieder da ich höre dir die Ficker vom Hals mhm mhm diese kleinere Ratten mach den großen fertig ranna rechts, ranna links lauf zurück ich ich ne den einen kann ich nicht finden aber ich gerade direkt auf der ich glaube da ist nur mit Kapp zu tun du ich will es nicht sagen da kann was rein gelaufen warum auf mich? ah Addi ich hab ne Säge na geil Elektro Addi ne, der hat viel Zündung äh 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 ey das ist unfair er ist Captain Germania mhm ja irgendwas hat Alex falsch gemacht ach ne ne, alles richtig klappt schon die die das ist die 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 du